Herzlich Willkommen in der RB56 über Nordhorn nach Neuenhaus. Das Team der Bentheimer Eisenbahn wünscht Ihnen eine angenehme Fahrt. Nächster Halt, Quendorf. In Kürze erreichen wir den Bahnhof Quendorf. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. RB56 nach Neuenhaus. Nächster Halt, Nordhorn-Blanke. In Kürze erreichen wir den Bahnhof Nordhorn-Blanke. Ausstieg in Fahrtrichtung links. RB56 nach Neuenhaus. Nächster Halt, Nordhorn. In Kürze erreichen wir den Bahnhof Nordhorn. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. RB56 nach Neuenhaus. Nächster Halt, Neuenhaus Süd. In Kürze erreichen wir den Bahnhof Neuenhaus Süd. Ausstieg in Fahrtrichtung links. RB56 nach Neuenhaus. Nächster Halt, Neuenhaus. In Kürze erreichen wir den Bahnhof Neuenhaus. Diese Zugfahrt endet dort. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. Das Team der Bentheimer Eisenbahn verabschiedet sich von Ihnen und würde sich freuen, Sie bald wieder als Fahrgast in einem unserer Züge begrüßen zu dürfen. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Herzlich Willkommen in der RB56 über Nordhorn nach Bad Bentheim. Das Team der Bentheimer Eisenbahn wünscht Ihnen eine angenehme Fahrt. Nächster Halt, Neuenhaus Süd. In Kürze erreichen wir den Bahnhof Neuenhaus Süd. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. RB56 nach Bad Bentheim. Nächster Halt, Nordhorn. In Kürze erreichen wir den Bahnhof Nordhorn. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. RB56 nach Bad Bentheim. Nächster Halt, Nordhorn-Blanke. In Kürze erreichen wir den Bahnhof Nordhorn-Blanke. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. RB56 nach Bad Bentheim. Nächster Halt, Quendorf. In Kürze erreichen wir den Bahnhof, Quendorf. Ausstieg in Fahrtrichtung links. RB56 nach Bad Bentheim. Nächster Halt, Bad Bentheim. In Kürze erreichen wir den Bahnhof Bad Bentheim. Diese Zugfahrt endet dort. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. Das Team der Bentheimer Eisenbahn verabschiedet sich von Ihnen und würde sich freuen, Sie bald wieder als Fahrgast in einem unserer Züge begrüßen zu dürfen. Ausstieg in Fahrtrichtung links. B Untertitelung des ZDF, 2020